Ja, da sind wir wieder und wie ich gesagt habe, wir fangen mit dieser Nebenquest hier an. Ja. Schauen wir mal, ne? Ich dürfte eigentlich schnell gehen. Es sind wieder nur zwei Drachen. Oh, da ist noch ein Dritter. Oh, noch ein Vierter. Das ist auf jeden Fall noch die alte Rüstung. So, müssten wir jetzt beide mit treffen, oder? So, der Kampf war jetzt eigentlich recht schnell. Ich glaube nicht mal zwei Minuten, ne? Ich glaube noch nicht mal eineinhalb haben wir gebraucht. Aber Pop hat jetzt auch Level 40 endlich mal erreicht. Ah, und kriegt ein bisschen Boost. Na, gleich die nächste Nebenquest. Hydra. Oh, nicht schon wieder. Haben wir die nicht schon mal verkloppt? Ich bin ganz kmsch. Oh, ich bin ganz kmsch. Oh, jetzt geht's. Wir werden das so bei mir nicht. Oh, das ist ja so. Dass ich jetzt noch mal wiederhole. Wow, das ist mein Problem. Okay, jetzt geht's. Oh, das ist halt so. Oh. Oh, das ist das eine Koppelung. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Okay. So. Den Drachen nehmen wir mal raus. Oder auch nicht. Alter, wir zimmern hier im Damage raus. Das war's. Der Kampf hat ein bisschen länger gedauert. Waren aber auch gefühlt irgendwie sechs Bosse, glaube ich. Na, hat auch ein paar EP gebracht, also. So, Pop hat fast wieder aufgeholt vom Level. So, jetzt geht's mit der Videosequenz weiter. Ja, alle Nebenquests haben wir. Schade. So. 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 Ja. Ich habe mich wieder gefeiert. Ich bin ein Verletzigerer Mensch. Ich habe mich nicht so gut gesehen, dass ich mich wirklich nicht verletzen habe. Ich habe mich nicht verletzt, Pop. Das war's für mich. Das war's für mich. ich muss sagen der charakter von kokodain gefällt mir irgendwie am meisten aus dem spiel immer mitten in die fresse rein egal was ist na überlebt er das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh! Die Körper ist heiß! Kriegst du jetzt seine Erinnerung wieder? man könnte es denken dass er unsterblich ist ich meine wir haben ihn auch schon gedacht umgebracht so Das ist das, was ich. Sind jetzt die anderen beiden da, hier Unkel und Pop? Was? Was? Ich habe ihn gebeten, dass er von ihm gebeten ist. Ich habe ihn gebeten, was er von ihm gebeten ist. Baran, ich habe ihn gebeten, dass er von ihm gebeten ist. Er war die Mutter von Sora, der Arkeid, und er hat ihn gebeten. Er hat ihn gebeten, und er hat ihn gebeten. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Ich habe mir gedacht, dass ich das alles in meinem Gesicht verletzten. Aber das ist ein Fehler. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht verletzten. Wenn du wirklich mein Vater, wenn du wirklich mein Vater, wenn du mein Kind so schön fühlst, dann wirst du nicht mit der Menschheit verletzten. Ich will das! Ich will das, dass ich mein Vater und mein Vater auch. jetzt wird er Ich bin nur ein Wettbewerb, der ich will, das Leben zu leben. Ich kann auch Dino in die Kraft nehmen. Ich kann auch nur die Waffe sein, dass ich diese Waffe als魔獣. Der Mann ist die Waffe, die der Waffe der Waffe, der 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 der Waffe. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist der Körper der Varen. Das ist das, was wir sehen? die katzen gucken wir uns wohl noch an wird wird der part ein bisschen länger ich würde jetzt gerne dieses kapitel mal fließen das ist Oh! Er ist eine Art von den Schrauben, die ich nicht zu kreieren kann. Ich kann nicht die Kraft, die ich selbst nicht zu schützen kann. Ich kann nicht die Schrauben, oder ich kann nicht nur ein Gehörter sein. Aber es ist nicht das, dass ich mich nicht zu tun habe. Ich kann nicht die Schrauben der Schrauben, die ich nicht zu tun habe. er war schon in der normalen gestalt echt ich habe jetzt ein zickzack Jetzt haut der in Kamehameha raus, oder was? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Gut, den Kampf machen wir noch, auch wenn der Tier ist in die Hose gehen wird. Peng war neu, ne? Ich bin dein Vater. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was fehlt ihm jetzt ein? Was ist das? Ich bin der Fall der Träger. Ich bin... Warum? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das war's für heute. Jetzt hat er mich voll erwischt. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017